Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Am 4.4. erscheint als Mediabook bei Bushmedia die Zeitschleifen-Romcom River the Time-Loop Hotel. Wer japanische Rom-Coms und Zeitschleifen-Filme mag, sollte da definitiv zuschlagen. Wer aber nicht warten möchte, kann auch ab sofort bei Prime Video als Spezial-Viod den Film streamen. Nach der Ankündigung ist vor der Besprechung, damit erstmal willkommen zum Tele-Stammtisch, liebe Zuhörende. Da ich mich alleine wahrscheinlich sehr oft wiederholen würde, habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch mal wen mit ins Kibune-Hotel und da haben wir auch Johannes. Wie geht's? Hallo. Ja, mir geht's gut. Ich glaube, wir schaffen es auch zu zweit, uns häufig zu wiederholen. Ich hoffe nicht. Hattest du vorher schon mal Kontakt mit Junta Yamaguchi? Ja, ich habe auch vor, ich weiß gar nicht, wann ist es her, zwei, drei Jahre ungefähr Beyond the Infinite Two Minutes gesehen. Und ich habe jetzt tatsächlich River erst ein bisschen später auf dem Schirm gehabt und fand es dann ganz spannend, dass hier theoretisch eigentlich fast die gleiche Prämisse nochmal durchgekaut wird. Geht dir das auch so? Hast du den Vorgänger auch gesehen? Ich hatte den ersten Film auch gesehen, aber auch relativ spät, also schon nachdem der Hype in Deutschland auch schon da war. Dachte mir so, mh, cool. Und den River habe ich sehr früh gesehen, weil der lief beim Weird Weekender Festival in Stuttgart. Lief der da einfach dann mal und dachte ich, boah, war auch gleich der beste Film des Festivals. Richtig schönes Ding. Mir hat es rundum gefallen, aber jetzt erzählen wir so viel von dem Film. Ich habe ja gehört, du hast da eine kleine Zusammenfassung für uns alle. Genau. Du hast schon gesagt, wir sind in einem Hotel oder in einem Gasthaus. Es ist ein traditionsreiches Gasthaus in der Nähe von Kyoto und der Film startet mit einer jungen Angestellten, die an einem kleinen Bach steht, irgendwie zu sich kommt und dann eine Treppe hinauf geht. Und das passiert sehr, sehr häufig, weil sie und die anderen Angestellten und Gäste des Hotels irgendwann merken, okay, sie sind in einer Zeitschleife gefangen, die sich alle zwei Minuten wiederholt. Und da müssen sie erstmal darauf klarkommen, müssen irgendwie feststellen, okay, was für Gesetze gibt es in diesen zwei Minuten? Was passiert in den zwei Minuten? Wie gehen wir damit um? Was passiert jetzt? Hört das auf? Sind sie für ewig darin gefangen? Und genau so bahnen sie sich einen Weg in diesem kleinen Gasthaus alle zwei Minuten und versuchen am Ende auch, diese Zeitschleife zu beenden. Und ob sie das natürlich schaffen, wollen wir euch jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Also der Film ist natürlich so ein Minenfeld für Menschen, die einfach nicht die Fresse halten können und gerne spoilern. Das wäre bei mir eigentlich immer ganz gefährliches Terrain. Aber wir werden versuchen, so wenig wie möglich über den Haupthandlungsstrang vorwegzunehmen, weil da, ich glaube, die Überraschungen machen den Film auch aus. Oder wie würdest du das sehen? Ja, es ist, würde ich sagen, so ein kleiner, feiner Film. Also wer den anderen Film der Gruppe gesehen hat, kann, glaube ich, so ungefähr auch schon mal einschätzen, was für eine Art von Film ist. Also es gibt ja auch, es gibt ja viele so Zeitreise, Zeitschleifenfilme, die irgendwie groß und absurd sind. Ich finde, River ist da relativ klein und macht zwar einiges aus der Prämisse, aber wird jetzt nicht super schräg oder krass. Siehst du das auch so? Ja, ich finde auch gerade dieser japanische Einschlag, der kommt da schon sehr rüber. Und Leute, die mit dem japanischen Kino jetzt so gar nichts anfangen können, ich glaube, die haben es ein bisschen schwieriger. Aber die haben natürlich bei ein paar Nebenhandlungen auch noch immer den Anhaltspunkt, dass sie sich da was rausgreifen können. Weil in ein paar Situationen ist er schon ein bisschen schräger, also meiner Meinung nach. Gerade das Ende, da könnten, glaube ich, Menschen eher ein Problem mit haben. Weil, ja, das Ende halt wieder zum ganzen Film irgendwie, es passt super rein, wenn man sich das anschaut. Aber wenn man das dann so hören würde, was da passiert, denkt man sich, warum? Aber sonst würde ich sagen, ja, mir gefällt der Film, wie gesagt, richtig gut. Das war letztes Jahr mein Lieblingsfilm vom ganzen Jahr. Ja, das sagt, glaube ich, schon alles. Aber wo du es schon erwähnt hast, Zeitreisefilme, da werden wir mal kurz ein bisschen allgemeiner. Wie stehst du allgemein wozu, Zeitreisefilme oder Zeitschleifenfilme? Aber ich finde die eigentlich ganz sympathisch. Ich meine, meistens darf man ja nicht so auf die Regeln achten, weil da meistens ja doch, weiß ich nicht, Paradoxe drinstecken. Oder man denkt, okay, eigentlich kann das nicht so stimmen. Aber ich finde, das birgt ja immer die Idee, also die Möglichkeit für ganz viele faszinierende Ideen. Also ich bin zum Beispiel auch Star Trek Fan. Ich meine, es gibt den Film Zurück in die Vergangenheit, da reisen die dann halt einfach mal in die 70er, um Wale zu retten. Fantastische Idee. Oder ich bin auch großer Fan, sind wir auch bei einer Rom-Com, Palm Springs. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Auch eine ganz tolle Idee auf einer Hochzeit. Super schöner Film. Aber wie heißt denn der Kollege von Brooklyn Nine-Nine? Ja, das ist jetzt... Genau, Jake wird gespielt von Andy Samberg. Samberg, richtig, ich mag den total. Der hat halt diesen Humor, so einen richtig schön lockeren... Der Film ist auch wirklich von den Zeitschleifenfilmen einer meiner Lieblingsdinger. Aber ich bin da schon ein bisschen Oldschooler drauf. Ich liebe halt komplett... Und täglich grüßt das Murmeltier. Ist für mich halt Magnus Opus der Zeitschleifenfilme. Den kann ich immer wieder gucken. Und ja, der wiederholt sich ja auch eigentlich nur. Aber es ist für mich ein schönes Stück. Auch, glaube ich, Kindheitserinnerung immer bei so älteren Filmen. Aber den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, den kenne ich auch. Kann ich auch voll verstehen. Was ich ganz spannend finde, dieser Wiederholung, und das gilt ja auch für River. Also wir sehen so häufig die junge Angestellte am Bach. Und dann geht sie diese Treppe hoch und die Kamera verfolgt sie von hinten. Das sehen wir, ich weiß nicht, 20, 30 Mal gefühlt. Und es ist faszinierend, wie dieser Film es hinkriegt, dass das nicht langweilt, würde ich sagen. Also wir sehen eigentlich die gleiche Szene, aber durch Musik oder den Kontext ist es immer leicht anders. Und was mir jetzt beim, glaube ich, dritten Mal schauen auch immer aufgefallen ist, die Kamera ändert sich ja dann auch nach einer Zeit. Also von vorne haben wir gerade zum Schluss auch mal Einstellungen. Also die sind sehr ideenreich in allem, was sie da machen. Nicht nur in der Umsetzung, sondern halt auch mit der Kamera wird oft sehr gut gespielt. Und das finde ich gerade nebenbei sehr interessant. Was mir auch erst nach dem zweiten Mal schauen davon aufgefallen ist, wir sind ja in dieser Zeitscheife drin, aber alles drumherum außerhalb verändert sich ja. Also die ganze Vegetation geht ja weiter, die Zeit. Und das haben sie auch gut eingefangen, dass man eigentlich da nicht rausgerissen wird. Das stimmt. Man ist auf einmal in einem neuen Loop und dann schneit es auf einmal. Und dann zwei Loops später ist der Schnee wieder weg. Das ist eine super lustige Idee, auch wie die Figuren in dem Film damit umgehen. Weil sie irgendwann merken, okay, das passiert bei uns, aber es passiert nicht auf der ganzen Welt. Und dann irgendwie so ein bisschen die Regeln versuchen auszuloten. Was ist hier möglich? Was kann man machen? Und da sind wir bei Punkt. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt so einen zwei Minuten Freifahrtschein hättest? Sprich, du hast die zwei Minuten und weißt schon vorher, es würde sich alles auf Reset wieder gehen und sich nochmal wiederholen. Was würdest du in den zwei Minuten denn machen? Das ist eine gute Frage, weil zwei Minuten sind ja echt nicht so viel Zeit. Und das merken die Figuren auch. Also es gibt eine Szene im Film, wo die zwei weiblichen Angestellten zu einem Gast kommen, der, glaube ich, im zweiten Stock ist. Und wir haben ja hier diese Papierwände und sie die mit den Fingern so kaputt machen und sich da ganz darüber freuen nach dem Motto, oh Gott, das können wir ja sonst nicht machen. Und ich glaube, in so eine Richtung würde ich das auch gerne machen. Ich würde, glaube ich, einfach gerne mal Sachen kaputt machen mit dem Wissen. Ja gut, in zwei Minuten ist das ja eh alles wieder heile. Was würdest du denn machen? Also ich habe da, das Dumme ist jetzt, eigentlich war vorher klar, dass ich die Gegenfrage kriege. Ich habe mir gar keinen Kopf gemacht. Aber ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, auch nichts wirklich Wildes machen. Das ist ja das Problem. Man denkt sich dann so, man könnte alles machen. Man macht dann aber doch nur irgendwas sehr Lapidares, Alltägliches. Aber ich glaube ehrlich, ich würde einfach mal komplett nackt durch die Einkaufsstraße gehen. Einfach mal so. Ja, aber hier mit dem Wissen natürlich, das ist ja auch eine Besonderheit in diesem Film. Alle, die in dieser Zeitschleife gefangen sind, erinnern sich an alles. Also das ist nicht wie bei täglich größtes Murmeltier, wo es ja nur Bill Murray ist, sondern hier sind das ja alle. Also da würden sich alle daran erinnern. Man muss den Menschen auch schöne Erinnerungen lassen. Uuuuh. Nee, aber wo wir schon bei den Nebensträngen sind, mit dem Herrn oben, dem Schriftsteller, welche Nebenstory hat dir so am besten gefallen? Die fand ich auf jeden Fall auch gut. Also es werden ja so unterschiedliche Dinge aufgemacht, wie Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, unter so gesellschaftlichem Druck auch stehen, eigentlich in dieser Zeitschleife so ein bisschen entkommen. Ich fand aber dann tatsächlich, das kommt ein bisschen später im Film auf, schon den Rom-Com-Part super süß, wie halt so versucht wird, diese zwei Minuten zu nutzen, um sich irgendwie kennenzulernen, sich irgendwie ja ein schönes Date in Anführungszeichen zu machen. War das auch dein Favorite oder hat dir was anderes besser gefallen? Also das Rom-Com-Ding fand ich richtig stark, weil das auch wirklich, süß ist wirklich schon das richtige Wort, obwohl ich das immer so ungern benutze im Alltag. Aber es ist halt wirklich süß und niedlich, wie die denn auch miteinander agieren. Auch halt relativ kindlich, während sie versuchen, da ein bisschen abseits wieder wegzulaufen. Weil das Besondere ist natürlich auch, wir haben ja nicht nur diese festgefahrene, dieses Gasthaus. Immer später wird ja immer mehr Raum eingenommen. Dann sind wir mal im Auto oder auf dieser Brücke. Später gehen wir nochmal ein paar Stufen hoch. Also es wird ja immer vergrößert von, ja, neuer Zeitschleife zu neuer Zeitschleife. Das ist halt auch sehr interessant, dass wir halt immer nicht nur das Gleiche sehen. Aber da muss ja dieses Rom-Com-Ding hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich fand ich auch super lustig, dass halt der halbnackte Mann da jedes Mal rumgelaufen ist. Und die halt, wie sie so sind, so ein bisschen, nee, nee, komm, lass mal, das geht doch nicht, dass da jetzt so ein halbnackter Mann umläuft. Das fand ich auch immer schon ganz witzig. Das ist ganz spannend, da muss man sich erstmal, finde ich, einfinden, weil ich gedacht habe, okay, das ist ein halbnackter Mann, entweder mit so einem Handtuch um die Hüfte oder halt einem Bademantel. Da habe ich gedacht, also ich finde das jetzt nicht so drastisch. Aber da merkt man halt auch so kulturelle Unterschiede, die sich halt auch sehr, das hast du ja auch am Anfang gesagt, das ist ein japanischer Film, das merkt man auch im Schauspiel. Ich glaube, einige könnten das vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, unfreiwillig komisch, lächerlich finden, weil einige schon sehr zum Overacting neigen. Also wenn man es halt weiß, dass das eine Theatergruppe ist, mit der er da arbeitet wieder, gibt es wirklich so ein paar Szenen, auch mit den beiden Herren, die sich dann streiten auch so ein bisschen zwischendurch. Da merkt man schon, so leichtes Overacting ist da ganz schon stark gegeben, dieses Bühnen-Schauspiel. Aber das wird auch immer schön kaschiert, also es fällt nicht stark auf. Aber wenn man mal ganz genau darauf achtet, sieht man schon, dass das auch Bühnendarsteller früher waren oder sind wahrscheinlich immer noch. Aber die machen das halt so schön und verarbeiten das so klasse, dass ich da auch nicht böse sein kann oder will. Nee, das passt total zu dieser Tonalität. Aber sie spielen das halt schon sehr groß. Aber es passt zu diesem, es ist halt, ich weiß gar nicht, diese ganze Stimmung des Films ist ja so ein bisschen, ja so leicht off, leicht schräg. Also wird halt nicht komplett absurd. Aber es passt dann halt doch schon rein, weil alle Figuren so ein bisschen komisch sind. Also selbst die Protagonistin, also mit der wir jede Zeitschleife starten, ist am Anfang erstmal, weiß ich nicht, so eine vielleicht etwas stille, zurückhaltende Angestellte. Aber auch die offenbart dann so ein bisschen, es sind alle ein bisschen schräg. Die werden so von Zeit zu Zeit leicht verrückter. Also wahrscheinlich auch der Situation geschuldet. Kann man sich schlecht reinversetzen, zum Glück vielleicht auch. Aber da gehen alle noch ein bisschen mehr ab später. Was natürlich dem Film auch hilft, dass man dann dran bleibt. Muss man genauso auch sehen. Total. Was ich gelesen hatte, das ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also, dass jede Zeitschleife ein One-Shot ist, das fand ich ganz fasziniert. Ich müsste den eigentlich nochmal gucken, um zu sehen. Also das wird ja so sein, wenn es Leute so schreiben. Aber ist dir das aufgefallen? Ja, also bei meiner ersten Sichtung habe ich dann mit Leuten den gesehen. Die haben das danach halt dann gleich gesagt. So konnte ich beim nächsten Mal schauen, dann mehr darauf achten. Beim allerersten Mal schauen, habe ich das auch nicht richtig mitgekriegt. Ich habe zwischendurch gesagt, ach ja, da ist ja ein One-Shot dabei. Beim nächsten habe ich gar nicht mehr darauf geachtet. Aber wir starten ja immer mit ihr. Und die Kamera folgt ihr ja die ganze Zeit. Wir sind ja nicht einmal wirklich, dass wir irgendjemand anders verfolgen. Eigentlich nur immer bei ihr. Und ja, aber es ist richtig gut gemacht. Also richtig starke Dinger. Aber wie gesagt, da muss man schon zwar mehr hingucken. Und der Film hat natürlich auch einen Rewatch-Value. Gerade dadurch, dass so Kleinigkeiten, die einem vorher nicht auffallen, die kann man da nochmal sehen. Und er ist natürlich, das haben wir auch gar nicht erwähnt, 86 Minuten waren es. Ja, da ist natürlich keine Zeitspanne. Also man hat keine 120 Minuten, die man da sitzt. Weil dann könnte es repetitiv werden, vielleicht doch schon. Aber 86 Minuten kann man ja schön wegsnacken. Das stimmt. Der ist relativ kurzweilig. Aber also auch generell, weil halt auch immer, wenn man denkt, okay, jetzt wurde diese eine Szene durchgespielt, wie mit den streitenden, ich weiß gar nicht, Freunden oder was auch immer die sind, dann denkt man, okay, das ist jetzt passiert, das brauche ich jetzt nicht nochmal sehen. Dann passiert schon was Neues. Also das ist schon ganz clever, dass der immer von einer Idee zur nächsten springt. Das ist ganz, ganz starkes Regie- und Kameraführung. Also ich kann nur Lobes-Film, das mit einem Film verbreiten. Also den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Obwohl bei solchen Filmen halt immer schade ist, also zumindest ist mir jetzt auch, jetzt wo der jetzt sogar als Mediabook auf Blu-ray rauskommt und sogar schon im VOD läuft, dass der halt immer noch nicht so diese große Fanbase hat, gerade nach dem Vorgänger. Oder fällt dir das anders auf? Nee, total. Also der Vorgänger hat ja wirklich einen Hype ausgelöst und hat, also ich weiß nicht, ob man schon Kultstatus sagen kann, aber vielleicht in so einer kleinen Gemeinde, glaube ich, dass der so einen Kultstatus erlangt hat. Und dafür wird überraschend wenig über River geredet. Ich meine, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass es streng genommen vielleicht erst mal die gleiche Idee ist, auch wenn sie ja ganz anders umgesetzt ist. Also das fand ich auch bemerkenswert, dass er sich dafür, dass es wirklich wieder um zwei Minuten geht, die sich wiederholen, sich relativ frisch anfühlt. Das ist wiederum, der Yamaguchi, ne, Yamaguchi, der macht das schon richtig gut, weil man könnte, wie du auch schon gesagt hast, denken, ach, schon wieder ein Zeitschleife-Film, was will der denn damit jetzt? Hat er doch schon gemacht. Aber es fühlt sich halt null gleich an. Es sind neue Ideen drin, es ist alles, ja, sehr neu. Und darum, ich freue mich auf den dritten Film. Der kann auch wieder um Zeitschleifen gehen. Das ist mir egal. Total. Ich fände das auch super interessant, wenn die sagen, okay, wir machen nochmal, auch zwei Minuten gerne, nur nochmal irgendwie wie ganz anders. Und ich glaube auch alle, also die, die halt Beyond the Infinite Two Minutes mögen, die werden auch hier dran Spaß haben, wo man, glaube ich, finde ich so ein bisschen, was man akzeptieren muss. Ich finde diesen Look, der sieht halt schon, man merkt, das ist keine große, aufwendige Produktion, das ist halt ein Low-Budget-Ding. Der sieht so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, der sieht so leicht milchig aus, so leicht überbelichtet, so leicht weich gezeichnet. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich habe mich auch erschrocken, als ich den dann gerewatcht habe, dachte ich mir so, so habe ich den gar nicht in Erinnerung. Aber der sieht schon jetzt nicht high class aus, dass man denkt, das Ding im Kino muss ich schauen, weil er schöne Bilder hat. Da macht es halt wirklich die Geschichte, die Story und die Ideen. Ich sage mal, für Leute, die gerne große und schöne Bilder sehen wollen, dafür gibt es andere Filme. Aber das macht die Story und die Ideenvielfalt komplett weg. Voll, das ist halt, also man merkt halt, das ist so ein charmantes Projekt, wo alle, glaube ich, richtig Bock drauf hatten. Auch, dass alle gesagt haben, die ganzen, also viele Darstellerinnen und Darsteller kommen ja wieder zurück, gesagt haben, ja, wir machen das jetzt einfach nochmal. Wir haben zwar nicht so viel Budget, aber dafür, also was da auch rausgeholt wird, es gibt zum Beispiel eine Kamerafahrt, was ich super spannend fand. Da steigen zwei, du hast das Auto schon angesprochen, und die steigen in das Auto und die Kamera steigt mit ein. Und da habe ich auch gedacht, das muss ganz schön aufwendig sein, das zu retuschieren ohne Schnitt. Wo geht jetzt die Kameraperson hin? Das fand ich mega bemerkenswert. Das Schade ist ja, was du angesprochen hast, dass die Bilder an sich nicht so hochwertig wirken. Aber dadurch, dass wir ja wissen, diese One-Shot-Dinger sind ja sowas von aufwendig in allen Filmen. Und wenn man sich da ein bisschen so reinfuchst und denkt, hm, das ist interessant, da ist schon wieder sehr hochwertig und sehr akribisch sowieso gearbeitet, weil, dass die jedes Mal am gleichen Startpunkt anfangen und sie guckt ja auch nicht immer gleich. Man hätte sich ja easy machen können, wie so ein paar alten 80er-Filme. Man wiederholt das Bild einfach und fängt dann erst wieder neu an mit dem Schnitt, wo was Neues passiert. Aber das nehmen sie ja alles komplett jedes Mal einzeln wieder auf. Großes Kino. Total, da wird ja wirklich aus den eher begrenzten Möglichkeiten alles rausgeholt. Also das ist dann schon ganz cool. Was ich mir jetzt vorstellen könnte als dritten Film, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist mir eingefallen. Ich würde jetzt gerne mal in so eine härtere Richtung gehen. Am besten so einen Mörder, bevor er oder während er den Mord begeht. Weil der wäre ja auch obsolet in den zwei Minuten. Er hat den dann begangen, aber ist die Zeit ja wieder zurück. Also der Ermordete lebt dann wieder und der Mörder muss damit dann erstmal klarkommen. Das fände ich nochmal interessant. Fände ich spannend. Allgemein, das ist vielleicht so ein, ich würde sagen, so ein leichter Kritikpunkt an dem hier, vielleicht auch am Vorgänger. Ich fand Beyond the Infinite Two Minute noch ein bisschen lustiger. Also der hier ist einfach charmant, aber der ist halt nicht, der wird halt nicht irgendwie krass brutal oder krass absurd, sondern es ist halt dieses kleine, charmante Film, wenn du weißt, was ich meine. Ja und das Setting hilft natürlich auch viel, weil es ist, wer will nicht mal da unten am Berg an so einem schönen Fluss in so einem Gasthaus sitzen. Es ist alles schön nett, süß, wie du schon meintest, so ein bisschen kleiner gehalten. Charmant, Charmant ist glaube ich, das wirklich das richtige Wort. Ein charmanter, guter Film. Ja, ja stimmt, ich hätte mich gerne auch einfach an den Bach gesetzt und so ein paar Zeitschleifen da einfach gesessen. Das macht man direkt gerne, ja. Ja, Wenn du nicht noch was Spezielles zum Film hast, können wir eigentlich schon zum Fazit übergehen? Dann machen wir das doch. Dann machen wir das. Dann hau mal dein Fazit raus. Genau, ich bin glaube ich nicht ganz so begeistert wie du, aber ich finde den auch, das ist wirklich, das ist einfach ein schöner Film. Das ist auch so ein Film für Sonntagnachmittage. Das ist so ein Film, um sich gut zu fühlen, wo man einfach mal abschalten kann, so wirklich 80, 90 Minuten so ein bisschen Spaß haben kann. Auch glaube ich, wenn man da mit der richtigen Erwartungshaltung reingeht, dass es halt nicht ein irgendwie Hochglanz, Big Budget Projekt ist, sondern wirklich so ein, ja so ein, ja Fanprojekt ist zu, ist zu wenig, aber so ein halt mit, mit einem niedrigen Budget wird wirklich viel Kreativität was gemacht. Das ist einfach, ja, schön, toll und sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man so eine gute Zeit haben möchte. Da bei gute Zeit steige ich gleich ein. Und ich mache es sogar noch härter. Also Herr Yamaguchi, mein Konto schicke ich Ihnen später. Wer diesen Film nicht mag, hat einfach kein Herz. Das ist schon mal meine erste Aussage dazu. Nein, es ist wirklich ein super charmanter, doch kleinerer, aber sehr akribisch gearbeiteter Film, in dem es um eigentlich eine Zeitschleife geht, mit einer Rom-Com und so kleinen, spaßigen Nebenhandlungen. Und den sollte man sich auf jeden Fall geben, wenn man nicht das Mediabook holen will, einfach auf Prime Video drauf, wie gesagt, da ist er auch. Einfach mal anschauen, einfach abschalten. Für die 90 Minuten lohnt sich es auf jeden Fall. Und ich glaube, wer den Film guckt, der wird ihn danach auch nicht bereuen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Darum guckt euch den an, damit wir auf jeden Fall nochmal einen dritten Zwei-Minuten-Zeitschleife-Film kriegen und der vielleicht auch dann endlich mal größer im Kino kommt mit vielleicht ein bisschen mehr Budget. Wie gesagt, mir war es eine Freude, mit dir hier zu sitzen. Gleichfalls. Hast du noch irgendwas, wo man für dich Werbung machen kann? Wo man für mich Werbung machen kann? Also natürlich, wie glaube ich ganz, ganz viele, habe ich auch einen Letterboxd-Account, wo ich immer fleißig kleine Reviews schreibe. Ich habe letztens die Watchmen-Serien nachgeholt, auch sehr zu empfehlen und ansonsten kann man meine Stimme auch im Podcast Ein Film ist nicht genug hören. Wie ist das bei dir? Bei mir? Oh Gott, da könnte ich jetzt, ich habe jetzt bisher noch nie Werbung gemacht in allen anderen Casts, da komm, jetzt haue ich mal richtig einen raus. Ich habe eigentlich zwei andere Podcasts, der eine heißt Planet der Filmaffen, da läuft aber gerade nicht so viel, aber dafür läuft wöchentlich immer einmal Filmtieftauchen, der Podcast mit das Ton-Fakten-Check mit meiner Kollegin Susi, da gehen wir immer so auf Filme ein und dann machen wir einen kleinen Check drüber, ob das auch wirklich so war oder wie die Romanvorlage ist. Das ist eigentlich immer noch ganz interessant. Ansonsten klar, Letterboxd und Instagram. Instagram könnt ihr mir alle gerne folgen, auch unter dem gleichen Namen, wie er bei mir hier immer steht, Zero Famous. Freue ich mich ganz gerne, aber muss auch nicht. Was aber für Wichtiges, wo ihr auf jeden Fall immer folgen solltet, nämlich beim Tele-Stammtisch. Und es gibt es nämlich überall da, wo ihr liken könnt. Also liked uns da hoch, schaut uns da an, gebt Kommentare, alles was den Algorithmus freut. Aber wir haben natürlich auch andere Podcasts, gerade im Moment draußen. Unsere Masterclass ist jetzt gerade vor ein paar Tagen rausgekommen, die ist immer sehr interessant. Dann kommt am 13. diesem Monat auch wieder Schocker mit Schlogger raus. Kann ich immer nur empfehlen. Weiß nicht, ob du das schon mal reingehört hast? Als Horrorfilm-Fan habe ich da natürlich reingehört. Das ist sehr unterhaltsam. Ja, und das war es glaube ich an unserem Werbenblock schon. Achso, da kriege ich gleich einen Einlauf, wenn ich es vergesse. Wir haben auch noch eine Webseite www.tele-stammtisch.de Da auch immer gerne reinschauen. Da gibt es auch hin und wieder Gewinnspiele. Gerade läuft nämlich noch eins zu One Life. Wenn das schon obsolet ist, müssen wir es wahrscheinlich rausschneiden, aber ich glaube nicht. Ansonsten war es für mich ein winterlich wunderschöner Tag mit dir zusammen hier im Podcast mal über einen Film zu sprechen, den viel mehr Leute sehen sollten. Das geht mir genauso. Ich könnte auch jetzt nochmal 20 Minuten zurückspringen und nochmal mit dir über den Film reden. Immer gerne. Dann, ich verabschiede mich schon mal, sage allen Zuhörenden einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen guten Morgen und das letzte Wort gewührt dir. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus und bis zum nächsten Mal.